Die schöne UNESCO-Weltkulturerbestadt Lübeck ist immer einen Besuch wert. Gerne heißen wir Sie in unserem Phoenix Hotel Alter Speicher mitten im Herzen der Lübecker Altstadt willkommen. Freuen Sie sich auf einen erholsamen Urlaub im 3-Sterne-Superior-Haus der Phoenix Hotelbetriebe. Ob Familie, Geschäftsreisende oder Reisegruppe, unser Team sorgt dafür, dass Ihr Aufenthalt bei uns zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Das Phoenix Hotel Alter Speicher verfügt über 43 behagliche und mit viel Komfort ausgestattete Zimmer. Aber nicht nur die individuell gestalteten Zimmer, sondern auch unsere modernen Badezimmer laden zum Entspannen ein. Damit Sie sich rundum bei uns wohlfühlen können, bieten wir Ihnen einen bestmöglichen Service und versuchen Ihre ganz individuellen Wünsche zu erfüllen. Lernen Sie auch unsere besonderen Arrangements und unsere saisonalen Angebote kennen. Entspannung finden Sie in unserem Solarium sowie in der hauseigenen Sauna. Damit Sie perfekt in den Tag starten, erwartet Sie bei uns am Morgen ein reichhaltiges und umfangreiches Frühstücksbuffet, das Sie für neue, erlebnisreiche Ausflüge in und um Lübeck stärkt. Gerne stellen wir unseren Gästen auch verschiedene Räumlichkeiten für Veranstaltungen, Tagungen und Feiern zur Verfügung. Nach einem ereignisreichen Tag können Sie in unserem sonnigen Altstadtgarten ein kühles Bier genießen. Das Phoenix Hotel Alter Speicher freut sich darauf, Sie in der wunderschönen Hansestadt Lübeck begrüßen zu dürfen. Buchen Sie jetzt Ihren Aufenthalt bei uns!